Wählen Sie raus, Walter. Ja, Sir. Chevron 1 aktiviert. So sollen wir mit Lichtgeschwindigkeit durch das Universum zu anderen Planeten reisen. Chevron 2 aktiviert. Zu gern würde ich glauben, dass ich mich anständig benommen habe, aber ich kann mir vorstellen, dass ich ein bisschen verrückt gespielt habe so lange auf einem Schiff. Chevron 3 aktiviert. Wisst ihr, Tiak hat mir ein paar Dinge gesagt, die er von der Asgard-Datenbank weiß. Wirklich? Und was? Oh Mann, was war es gleich? Chevron 4 aktiviert. Arme dürfen nicht wählerisch sein. Besser spät als gar nicht. Handle niemals überstürzt. Die besten Dinge im Leben gibt's umsonst. Und lass mich raten, man sollte nicht nach dem Äußeren urteilen. Schweigen ist Gold. Chevron 5 aktiviert. Wer alles kann, kann nichts richtig. Und ohne Fleiß? Kein Preis. Das Leben ist zu kurz. Chevron 6 aktiviert. Nur der Geduldige wird belohnt. Weißt du, für uns ist es schwierig genug, nichts zu erfahren. Aber für dich muss es eine Quar sein, uns nichts sagen zu dürfen. In der Tat. Chevron 7 ist fixiert. Viel Glück, SG-1. Nur die übliche Mission, um die Galaxis zu retten, Sir. In der Tat. Gott schütze sie. Die Tat. Die Tat. Herr. Dass es der Tat.